Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel, wir sind zurück bei dem NSMBW-Hack, you, Super Mario Brothers, me, und in die Kanone gehen wir noch nicht, ich weiß nicht, ob da irgendwas geändert wurde, ich denke nicht, wir gehen jetzt in den Turm, richtig, wir gehen in den Turm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was dort auf uns wartet. Ah, so, ich, äh, meine Handgelenkschlaufe ist, ich mache sie mir gerade drum, ja, tatsächlich, warum mache ich sie mir drum, weil sie mich einfach, Hilfe, wo kommt der Bob-Ompere, Alter? Weil sie mich einfach nervt, wenn ich, äh, wenn sie da rumschlabbert, ja. Das tust du ja einfach, das ist, ist jetzt so ein Fact, den müsst ihr jetzt einfach, äh, akzeptieren, ja, das ist, ist es einfach so, selber schuld, oder so ähnlich. Gut, wir sind hier im Turm, und, äh, ich habe keine Ahnung, ich, ich kenne diesen Turm nicht, ich habe ihn noch nie gesehen, ich bin sehr gespannt, ob wir die Sternen müssen finden. Das Doof an solchen Türmen ist ja immer hier so dieser Abschnitt, wenn es hier so ein abschließendes Element gibt, wo du nicht mehr zurückkommst, warum ist es doof? Weil du halt einfach dann, wenn du was verpasst hast, du hast keine Chance mehr, es, äh, wiederzuholen, außer du stirbst, oder du machst das Level irgendwann noch einmal, aber so wie es aussieht, ist hier nichts. Ich glaube, ich habe alles, ich glaube, ich habe alles nachgeguckt, und, äh, das sollte dann auch alles so in Ordnung sein. Ja, das war, äh, ein wenig offensichtlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, soll ich euch ein Schwanger aus meiner Jugend erzählen? Ha, Jugend, ah, ich, äh, ich bin noch in meiner Jugend, würde ich einfach mal ganz hart, äh, ja gut, ich bin 22. Ich bin nicht noch ein Erwachsener, bin ich schon ein großer Erwachsener, oder bin ich noch, kann ich noch als, äh, als kleines Kind durchgehen mit 22? Ich denke, ich denke, mit 22 ist man noch nicht erwachsen, oder? Hä, da gibt es andere, andere Jahreszahlen, wo man dann vielleicht mal darüber nachdenken sollte. Äh, wobei ich der Meinung bin, ob, ob erwachsen, ob Kind, das ist sowieso nicht so ein großer Unterschied. Ne, ich, ich, ich finde nicht, man kann mit Kindern durchaus auch intellektuell hochwertig arbeiten, und es gibt auch Erwachsene, mit denen man das nicht kann. Und, äh, ich will gar nicht behaupten, dass ich auch immer beurteilen kann, was intellektuell hochwertig ist. Das liegt sowieso in meinem Auge des Betrachters. Und, äh, ja, deswegen, ne? So, hier ist auch nichts. Jetzt natürlich nur die Frage. Hm, okay, hier ist nur das Item, oder was? Oh, ein Stern, oh nein. Hoffentlich brauchen wir den jetzt nicht, das ist natürlich unfair. Ja, also auf den ersten Blick macht das hier halt den Eindruck, hier links griffst ein Item, willst du es haben, oder willst du ein Risiko nehmen, und vielleicht eine Sternung zu kriegen, oder so? Ja, das ist ein bisschen doof jetzt gewesen. Ich hoffe, den Stern brauchen wir nicht für irgendwas, äh, elementar wichtiges. Aber ich glaube es fast, ja, ich glaube es fast. Oh, immer diese Doppelwege, wo du halt auch, okay, da hast du die Sternmünze. Hilfe. Okay. Ja, keine Ahnung, ich, ich fühle mich noch nicht als unbedingt großartig Erwachsener. Aber ich weiß auch nicht, wie ich mich jemals, äh, da fühlen soll. Das ist sowieso immer so eine Frage, wenn ihr alte Menschen im Bus, im Zug, äh, in der Stadt seht, oder so. Alte Menschen haben ja immer so eine alte Menschen-Attitüde, ne? So, die sind nie richtig cool, so. Ey, ich weiß es nicht. Hm, aber die haben halt immer so die alte Menschen-Attitüde. Weil, wisst ihr, was ich damit meine? Man weiß halt, man sieht, oder man bekommt mit, dass es ein alter, alter Mensch. Weil der redet einfach so in diesem, weißt du, man, der schau mir, wie alte Menschen reden. Das ist ja nichts Negatives. Ich glaube, ich hab's verkackt. Das ist ja überhaupt nichts Negatives, oder so. Aber es ist halt einfach auffällig, ne? Das merkst du sofort. Die reden anders. Das ist ein bisschen... So, und ich frag mich immer, boah, ob ich auch mal so werde. Oder ob ich vielleicht, äh, dann doch eher so... Weißt du, kann ich mit 80 noch so reden, wie ich jetzt rede? So, yeah, what's going on, baby? Wollen wir mal eine Nacht miteinander, hä? Püppü, wenn er kommt, schreit er, juhu, und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann man was mit 80 noch sagen? Kann man was noch bringen? Ich weiß es nicht. Das ist so eine Sache, über die ich echt tatsächlich oft ein bisschen nachdenke, weil... Keine Ahnung. Niemand ist davor gefeilt, weißt du? Soll das jetzt hier das Zeichen sein? Packt das hier rein? Hä? Okay, da ist irgendwas. Ach, krass, okay. Ähm, gibt's jetzt die Good Exit, oder ist es jetzt für die Sterne? Krass, okay. Gut, Sterne. Ähm, ihr habt das vielleicht nicht so gut mitbekommen. Ich bin da mit dem Trampolin hochgesprungen und war dann da oben auf irgendeiner Plattform. Und links, ne, rechts bin ich halt wieder runtergefallen. Und ich wusste nicht genau, was ich da machen soll. Ähm, man musste einfach nach links laufen. Und dann kam man halt da links, ist man da runtergefallen. Gut, wir haben alle drei Sterne. Und ich, äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier keinen Secret Exit erwarten dürfen. Weil, ich glaube, hier gibt's auch im Original keinen. Und dann gibt's hier auch keinen. Ich glaube, so weit ist dann die, äh, die Hacking-Methode noch nicht, dass man hier auch, äh, optionale Wege und so einbauen kann. Der Hack hat übrigens zehn Level für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das im ersten Part erzählt habe. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, der Hack hat zehn Level. Das ist jetzt Level 4. Das heißt, nach dem Level haben wir prinzipiell noch sechs Level. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht und... Okay, interessant. Der Bossfight wurde nicht älter... Nein! Ah, das... Das ist mir doch... Ist mir das nicht beim letzten Endes im BW-Heck auch passiert? War ich da sogar bei dem gleichen Boss? Oder vertue ich mich da jetzt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das ist mir vor kurzem schon mal passiert. Ist auch echt doof, ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, der macht es ein bisschen schwieriger. Nicht elementar, aber ein bisschen. Und es sagt, was passiert. Ich feile erstmal, weil ich die Lücke nicht gesehen habe. Den Abgrund. Ja, das ist... War natürlich immer wieder typisch. Ungefähr so musste das passieren. Naja, ist egal. Die Mittellinie ist relativ nah beim Boss. Wir sind hier direkt bei der dritten Sternmünze. Können die einen sammeln können zum Boss. Und jetzt werden wir ihn wahrscheinlich auch besiegen. Weil jetzt wissen wir wieder, da ist eine Lücke. Da sollten wir nicht runterfallen. Ja, das hier dürfte jetzt wirklich gar kein Problem mehr sein. War hier ein Item drin? Nein, aber oben haben wir noch ein Item. Und der Winnie mir dann zwar einfach... Fuck! Ist auch egal. Wie gesagt, ich glaube, der Boss wurde nicht verändert. Das Einzige, was verändert wurde, ist, dass da Nebel ist. Ansonsten dürfte der Boss von seiner Mechanik her auch einfach gleich geblieben sein. Und, äh, seien wir mal ganz ehrlich, das ist keine große Schwierigkeit. Ja. So, wir wirbeln jetzt hier direkt. Machen uns hier ein bisschen... Bisschen Sicht auf die, auf die Dinger und, äh, wenn... Oh, fuck, okay. Das mit dem Nebel sollte man doch ein bisschen besser... Ja, timen. Okay, und noch einmal drauf. Zack, wunderbar. Ob es jetzt in der Mechanik geändert wurde, weiß ich gar nicht ganz genau, weil ich schon... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. War jetzt nicht so schwierig. Mh, bisschen Konzentration. Der Turm an sich war relativ einfach, aber hat Spaß gemacht. Ist halt ein relativ schönes Level. Könnte tatsächlich so auch im Original sein, oder? Ich glaube schon. Könnte man einfach so übernehmen. Hat Spaß gemacht zu spielen. War ein schönes Gameplay, war jetzt aber natürlich nicht sonderlich schwierig. Und die Sternmünzen-Verstecke waren... Doch, waren gut. Aber, aber auch nicht so schwierig. Wir haben es ja sofort gefunden. Das spricht dann eigentlich für sich, ja. Gut, gehen wir ins nächste Level. Wir haben noch genug Zeit. Und, äh, schauen wir uns einfach mal an, was hier so abgeht. Ich hab gerade... Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich hab gerade überhaupt gar nicht auf die Musik geachtet. Und, ich kann jetzt euch überhaupt gar... Ich kann euch nicht mehr vorsingen, was da für Musik war. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber, ich kann euch sagen, hier hab ich sofort die Musik gehört. Ich hab's noch relativ leise auf dem Ohr. Das ist vielleicht, äh, auch dann jetzt ein bisschen würde dem Turm gegenüber, weil er da vielleicht tatsächlich gar nichts für kann. Und das war sehr gut von mir. Das war quasi wunderbar. Ja, dass der Turm da gar nicht viel für kann. Ähm, aber... Ja, die Musik ist mir halt auch nicht aufgefallen. Ne, ist mir einfach auch nicht aufgefallen. Äh, und... Ja, deswegen... Ähm... Ist mir einfach nicht aufgefallen. Ja, deswegen nehm ich jetzt einfach mal an, dass da nicht so die coole Musik war. Ja, und das sieht nach nem Wasserlevel aus. Ja, das macht jetzt den Part, der so gut angefangen hat, ein bisschen... Bisschen doof. Aber mit Wasserlevel muss man ja auch umgehen können in nem Mario. Ja, das bleibt nicht aus. Und wenn sie gut gemacht sind, die können auch Spaß machen irgendwie. Aber oft machen sie es nicht. Ja, und da spreche ich ja nicht nur von Hex. Da spreche ich auch vom originalen SMB... Äh, äh, von originalen Mario-Spielen. Manchmal machen die einfach keinen Spaß. So, das Wasserlevel sieht jetzt hier auch nach nem megagroßen Sache aus. Da unten ist ein... Ah, okay. Ich hab letztens gefragt, hä? Was ist denn das auf dem Extra-Leben? Ja, das ist tatsächlich ein Herz. Das ist ein schönes Herz. Ich schenke dieses Herz... Ja, ich schenke dieses Herz niemandem, weil niemand mein Herz will. Weißt du, wenn ich jemandem ein Herz schenken würde, würde sich niemand drüber freuen. Ich sagen würde, hier... Da bist du ganz tief drin in meinem Herzen. Niemand würde sich freuen. Niemand würde sagen, komm, küss mich. Niemand. Das ist traurig. Es ist traurig, weißt du. Das ist traurig. Naja, damit muss man leben, ja? Wen hab ich? Wen hab ich den Wollo? Weißt du, der Wollo würde sagen, komm her, aber... Aber... Aber das wollen wir nicht. Ne, das wollen wir nicht. Da... Da... Da können wir uns ja dann... Ne Männerliebe ist was Schönes, aber... Ja... Das reicht dann auch nicht so für alles. Seien wir mal ganz ehrlich. Ähm... Zeigen die Münzen jetzt irgendwas an oder sind die einfach... Just for the Loads, okay? Sind einfach just for the Loads. Dann erleben wir damit... Okay, das ist die erste Sterben und ich hoffe auch, dass es die erste ist. Wenn es nicht die erste ist, habe ich ein Problem. Oh, das ist wieder ein Herzchen. Komm her. Wuhu! Ich komme nicht an das Herz ran, aber daran bin ich ja gewöhnt. Ich komme nie an die Herzen ran. Okay, hören wir jetzt auf. Hören wir einfach. Es macht mich depressiv, dieses Thema. Wir sollten das besser lassen. WTF, Alter? Geht jetzt hier irgendwas auf? Boah! Das ist schon ein bisschen cool mit diesen Schaltern, dass dann einfach was kaputt geht, oder? Äh... Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Innovatives ist. Ich kenne mich in dem Bereich NSMID-Hacking jetzt nicht so unglaublich gut aus. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das muss man einfach mal so anmerken. Also, ich persönlich finde es schon relativ cool. Hm. Wie kommen wir jetzt an die Sternen? Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Boah, das Wasserlevel ist aber auch groß. Hat viele Gänge. Das ist... Also, so für Leute, die richtig gerne erkunden und so, ist das, glaube ich, schon geil. Also, ich glaube, da kann man sich echt drauf freuen, irgendwie, wenn man das, äh... Wenn man so ein Erkunder ist. Und das bin ich manchmal. Das ist... Ist immer so ein... So eine... So eine Gefühlslagensache, ja? Wenn ich gerade... Okay, WTF, unter Wasser eine Ranke. Hä? Okay, das ist krass. Ah, komme ich jetzt bei der Sternmünze raus? Ui! Okay, will ich. Ich gucke mich hier erstmal um. Wir gucken erstmal hier. Wir gehen noch nicht in die... Oh! Sternmünze. Die zweite, okay. Wo die erste ist, wissen wir prinzipiell. Also, so... Rein vom, äh... Von der Lokalisierung wissen wir es, aber... Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Naja. Äh, Pinguinanzug! Ah! Muss den mal hier rumwandern muss. Ich finde den schwarzen Pinguin richtig geil. Muss ich tatsächlich einfach mal gestehen. Okay, das war's dann auch schon. Ich finde den schwarzen Pinguin schon relativ geil. Wo kommen wir jetzt raus? Wo, wo, wo ist jetzt die erste Sternmünze? Okay, ich hänge da irgendwo fest. Auf jeden Fall ging's da nicht weiter. Zumindest glaube ich das. Hm. Ja, die erste Sternmünze. Wo ist die erste Sternmünze? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, hier war die Ranke drin. Ähm, ja. Ziemlich sicher war hier die... Da waren wir. So, jetzt müssen wir hier irgendwie... Komme ich hier jetzt bei der blauen Röhre raus? Nee, das wäre natürlich relativ cool, weil dann hätte ich einfach beide. Wunderbar. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Es läuft gut in dem Part. Es ist schön. Wir können die Level erkunden. Das Level ist auch wirklich was zum Erkunden. Ich hab das bereits erwähnt. Das macht auch... Es macht tatsächlich doch ein bisschen Spaß hier so unter Wasser. Jetzt auch mit dem Pinguinanzug. Man kann ganz gut schwimmen. Das ist was sehr Positives. Das macht es auch ein bisschen schneller, rasanter. Das ist auch was Positives. Und... Cool. Ich weiß jetzt nicht so genau, was das für Nutzen haben sollte, aber was soll's. Entschuldigung. Jetzt haben wir nur irgendwie die Mittellinie verpasst. Dabei hab ich die doch schon mal gesehen. Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Weil prinzipiell brauchen wir die ja nicht. Wir brauchen nur die dritte Sternnutzung, das Ziel. Ist das ein Level mit Secret Exit? Ich glaube nicht... Äh... Nicht zu voreilig in irgendwelche Röhren hinein. Äh... Hm. Okay, wir müssen wahrscheinlich in die Röhre da oben rein. Oder ist hier sonst noch irgendwo was? Ne. Ne. Ich hoffe, dass jetzt hier die dritte Sternmünze noch kommt und nicht das Ziel. Oh, das sieht nach Ziel aus. Oder? Ja, prinzipiell sieht das sehr nach Ziel aus. Ah, wobei... Ne. Nicht zu voreilig. Sieht vielleicht... Ist vielleicht doch noch ein bisschen was hier. Wuhu. Ja, geil. Trampoline. So, Wolken. Äh... Will ich da runter? Ich guck mal, ey. Äh, das ist auf jeden Fall ein Trampolin. Das heißt, wir können da runter. Ah, okay. Das ist aber auch eine robuste Wand und keine durchlässige. Nein, nein. Das ist jetzt doof. Und der Wickler hat sich da durchgepackt irgendwie. Kein Leben bekommen. Ähm... Wo ist die Sternmünze? Ich hab sie! Das war purer Zufall. Ich wollte die eigentlich mit dem Wandsprung jetzt hoch. Okay, dann haben wir tatsächlich... Oh nein, nicht sterben. Jetzt ist... Sterben wir jetzt ganz schlecht. Ich hoffe, hier ist noch ein Power-Up drin. Ah, jetzt bleibt ruhig. Natürlich nicht. Okay. Egal. Was soll jetzt hier noch kommen? Was soll noch kommen? Goombas und Koopas sind jetzt nicht die allerschwerste Aufgabe. Kann ich hier ran? Ne. Sieht aber cool aus. Ihhh. Im Prinzip hätte ich gern noch ein Leben mitgenommen. Aber was soll's? Wunderbar. Zwei Level zu 100% abgeschlossen. Wir konnten sie schon erkunden. Wir haben alles gesehen, glaube ich. Wir haben sehr viel im Wasserlevel gesehen. Das Wasserlevel hat mir doch Spaß gemacht, so im Nachhinein. Und ich denke, zwei Level im Part, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, es ist ja sowieso ein kurzer Hack. Deswegen, wenn wir so ein langes Level haben, wo wir uns so lange aufhalten, wie hier in diesem hier, dann haben wir halt ein paar draus gemacht. Und, äh, ja, jetzt haben wir die zwei Level geschafft. Das ist relativ cool, relativ gut alles. Und, ja. Ich denke, wir können zufrieden sein mit diesem unglaublich tollen Part. BTF. Geile Musik auf jeden Fall. Bip, bup, bup. Das ist ein bisschen komisch, dass es ein Goomba auf der Overworld war. Und hier jetzt, äh, die, diese, diese Krabben. Aber es war wahrscheinlich nicht anders umsetzbar. Wahrscheinlich konnte man den Sprite von dem Goomba nicht, nicht ändern. So, jetzt haben wir hier noch zwei Level und die Burg. Jetzt kann ich mal kurz nachzählen. Eins, zwei, drei. Das sind noch drei Level. Vier Level, fünf Level, sechs Level, sieben Level, acht Level. Dann haben wir wahrscheinlich noch ein Level in der Special World. Und, ja. Vielleicht am Ende der Kanone oder so. Sollten zehn sein. Ich weiß es noch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir im nächsten Part eventuell sogar beide schaffen. Eins, fünf und eins, sechs oder sieben, äh, vier. Eins, sechs. Eins, fünf und eins, sechs im nächsten Part. Ich werde mit eins, fünf anfangen. Dann das Schloss könnte vielleicht ein ganzer Part werden. Und dann gucken wir mal, wo die anderen zwei verbliebenen Level noch sind. Ich hoffe, der Hack macht euch Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß und könnt ihn genauso wie ich blind erleben. Und exklusiv bei Cornel ist der Wahnsinn, oder? Tschüss und bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen.